Im Juni folgte unsere Elektrofahrzeugstrategie und heute enthüllen wir den konkreten Beweis für unsere Kompetenz in diesem Bereich, den neuen Megane. Das Fahrerlebnis ist für ein Elektrofahrzeug, ich würde sagen, unübertroffen. Sie würden das sehen. Seine niedrige Fahrerposition, seine reduzierte Lenkübersetzung und das geringe Gewicht machen das Fahrzeug sportlich und effizient. Das ist ein wahrer GTI unter den Elektrofahrzeugen. Der neue Megane wird im Werk Duet gebaut, im Herzen der Renault Electricity, einer der größten und effizientesten Produktionstätten für unsere elektrische Fahrzeuge in Europa. Neumegane ist der erste Mainstream-Volume-Brand-Car zu offerten ein System integriertes in den Google-Services. Mit OpenAIR, wir offeren unseren Clienten wirklich eine sehr einfachere Digital-Experience, so einfach und so ergonomisch wie sie auf dem Telefon. So, wir sprechen über Neumegane-Dynamik-Qualität. Sie offerten all die Qualität, natürlich, um eine komfortabliche, agile und präzise driving-experience, während wir in Elektrofahrzeugen sind. Wir haben diese Fahrzeuge wirklich als die GTI von Elektrofahrzeugen. In terms of Power, wir offerten Neumegane in zwei Versionen. 130-HP, das bedeutet 100 Kilowatt, und 220-HP, das bedeutet 160 Kilowatt. Für die Fahrzeuge, die B recognizeden, um ihre Fahrzeuge zu nutzen, um ihre Fahrzeuge zu nutzen. Die Fahrzeuge fusioniert, die Fahrzeuge ... die Fahrzeuge